Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen TheWalls Event hier am Samstag Abend Wir haben diesmal einen neuen Member im Team dafür ist Lord Toad nicht mal dabei Und der neue kann sich ja gerne mal vorstellen Hallo Irgendwas ist gut, gut, irgendwas Ich würde sagen wir fangen schon mal mit allen hier an Und graben uns runter Und holen die Essen und alles Ich guck oben auf den Bäumen Ja dann guck du auf den Bäumen, ich und Alex gehen runter Ich habe schon eine Kiste gefunden Wie soll ich das am besten machen, ich habe keine Ahnung Auf jeden Fall erstmal hier Und nicht verrecken Ja nicht verrecken, verrecken wäre ganz schlecht Hier oben ist eine, äh Gut ich sehe schon mal bei den anderen ein bisschen die meisten an das Feld Ja, weinst in die Map Ich wohne auch Äh Äh Ich habe schon zwei Kisten gefunden Ja nice, alles aufs Suchen Jetzt nehme ich schon mal was Holz Ja gib mir auch mal ein bisschen Holz dann Ey Bau dir einfach einen kleinen Baum ab Ich habe EXP Bottles Nice Du hast ein Enchanting Table direkt gefunden Nein EXP Bottles Nimmst mit nach unten, nimmst direkt mit nach unten Nur EXP Bottles Wo, wo kriegt man EXP Bottles? In der Kiste hab ich die gefunden Nice Nice Ey gib mal ein bisschen Holz Digga Äh Ich habe gedacht man kriegt keinen falsch So warte 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 Fäll Doch man kriegt Falschschaden Ich brauch ein bisschen Holz man Ja ich hab ich gerade mit mir kaltes Leben Lol Ja aufpassen So Au Hast du ein bisschen Holz man? Nein du musst selber abbauen Äh Ich Ich hab da oben noch was Eine Kiste Wasser auf diesem Baum hier schon bei der Kiste Ich wünschte Ich bin gerade an den Baum dran Aber da ist nix Doch da ist was Ich hab das doch gesehen Ja ich hab die Kiste ja Ich seh die ja auch hier Aber äh Die kannst du vergessen Lass ichs drin Ja manche Kisten sind einfach nur zum trollen Auf dem allergrößten Baum ist die drauf Da war ich glaube ich gerade schon oder? Alex wieder weg Alex Ach dann mach du Ich hab ne Schaufel Scheiße ich hab äh Mir fällt gerade auf ich hab gar nicht Ich regeneriere nicht Ich hab kein äh Ich hab Hunger Äh Wie geht das? Äh Ich hatte von Anfang an irgendwie Hunger Ja dann sag das Kaiken Schreib Kaiken an Äh Ist in der äh Äh Ah ne Das kam gerade glaube ich weil ich ein bisschen gesprintet bin Äh Haben wir Was ist da drinne? Was ist da drinne? Weg 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 Was ist da drinne? Weg man da ist nix drinne Ich bin direkt über der Schlucht Ja geh weg ich baue hier den Eingang Ich baue den Eingang Geh hoch Soll ich Tiere suchen? Ja such Tiere Warte 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 Hatte ihr dir schon Brot gemacht? Äh Ja ich hab schon Brot gemacht Ich geb dir ein bisschen Schade weil wir hätten Kekse machen können vielleicht Ah ne egal Ne ich find hier keine Tiere Habt ihr schon Steinspitzhacken? Ich hab eine Ich hab einen Huhn gefunden Ich hab einen Huhn gefunden Töte das Schade pass hier mal auf ne Ich baue dich hier runter wir brauchen hier einen kleinen Raum Bau einen kleinen Raum Oh Gott Ich hab eine Schneebälle Ich hab eine Schere gefunden Ich hab eine Schere gefunden Junge weg da Ich hab eine Schere gefunden Okay Äh Wo darf ich mich? Äh Bau mal hier irgendwo hin wo ich da Rackbench Wie ist da nur ein Sattel alter? Ja da ist doch nur ein Sattel drinnen Äh Kannst du mir im Eisen geben? Geh da weg Geh da weg Geh da weg Ich hab noch nix Äh Bau doch Warte ja hier Warte hier Hier Da Da und hier ist abgebaut Neben dir Ja schön Perfekt 3 Perf Äh Bisschen Holz an meinem Gang Nicht wundern Ich baue mich schon mal runter Ja ich äh Also erstmal noch eine Steinspitzhacke für mich Nee Oder Stein Warte ich hab einen Stein Gib's dir Stein hinter dir Beim Eingang Mal dir Äh Da Sag einfach Dirk zu dem Ach gut Dirk 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 Boah scheiße ich krieg immer ein paar Lacks Boah hier liegt so viel Schnee Ich glaub ich zieh eine Line Jungs ich hab so viel Zeug grad gefunden Ich hab einen Redstone Repeater bekommen Boah toll Warte mal Kriegen wir den Shutting Table so oder? Ne wir haben einen Wir haben einen Habt ihr? Ja ich hab einen gefunden Geil Ich weiß nicht Kannst du mir mal eben die Höhe sagen Wie lief die Schlucht? Was? Sorry Hast du behindert denn da? Ich hab mich voll erschrocken Du Wasser auf einmal Achja ich hab drei Kakaobohnen ne? Ah gut da hätten wir Äh Noch ist Zeit Noch ist genug Zeit Habt ihr noch Weizen? Habt ihr noch Weizen? Nö Wie viel Weizen ist noch über? Ja ich falle Ins Wasser Hallo Leute Wie unten Oh Soll ich jetzt wagen da rüber zu springen oder? Äh ne riskier nix Nix riskieren Ja gut ich seh hier aber Eisen Ich hab den Diablock wieder und die Kisten Ich brauch Eisen um den Diablock wegzumachen ne? Okay Ja dann mach dir Eisen Oder kommt hierher wir machen die Basis einfach hier Ja ich seh da unten Eisen aber ich weiß nicht wie ich da drüben ist auch noch Eisen Ja warte 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 Ich hol erstmal die Kisten Ja ich Lass die Kisten mal da vorne stehen wo du grad bist Oh äh ich die grad ne Kiste Ja die brauch ich da ist was drin was ich brauche Äh schon ge Einen Diamant kriegst du warte gib mir die Pfeile kriegst du einen Diamanten Tauschen wir Warum willst du die Pfeile? Weil ich extrem gut in den Bogen bin Oder wie viele Pfeile hast du? Wie viele Pfeile hast du? Die hab ich dann nur bekommen Ja okay ist okay Ich hab ich hab 25 Nice 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 Warte mal Willst du die Enderperle haben? Warte mal warte mal Mir äh ein Brot ist grad random mäßig Willst du die Enderperle haben oder kann ich die haben? Oh ich hab noch nen Diamanten Äh ist ihm egal Ja gib dir mich später Ich geb dir den Scheiß man da ist noch einer irgendwo Äh nein Was? Stirbst du? Nein äh ne sterben nicht nur Angst Haben tun Okay Ey komm hier seht ihr mich hier? Kommt mal hier rüber Wenn ihr Eisen habt Äh Wow fast bin ich gestorben Ja ich bin schon ganz unten Ich auch Ich baue grad schon Eisen ab Ey Ja Tito Ja guck mal wo mein Name ist Bin tot Oder doch nicht Schwein gehabt Äh Wie ganz Genau mit Eimer wollte ich sagen Ja dann aufpassen einfach Diesen Umkampf Diesen Umkampf ziemlich nützlich Äh habt ihr Äh hast du nen Shardming Table? Äh kommt mal zu mir Warst du da schon wo? Redstone Wo ne Redstone Torch ist? Äh aufpassen bei Redstone Torches Nicht direkt weg machen Leute Wo seid ihr jetzt alle hin man Kommt hier zu mir hin Äh Alex Ich sehe dich doch Ja also kommt hier hin Ich brauch da Eisen Ich such mir grad selber Eisen Ich brauch das um den Bier wegzumachen Äh Ich hab noch keinen Eisen Lass mich gleich machen Lass mich gleich machen Lass mich das machen Weil wir kriegen ja davon Level Und ich bin jetzt schon Level 2 Fledermaus Hast du dich grad zu erschrecken von der Fledermaus Die musst du töten Die machen extrem Damage Hä? Fledermäuse machen kein Damage Nein Doch Davon ist letzte Woche jemand gestorben Warte seit wann machen die Damage Warst du hier schon beim Swanner drinne? Ja ne? Ja da hab ich alles grad rein gemacht und so Ähm Lass mich die Kohle abbauen Weil ich kann am besten einen schaden Okay Weil ich bin jetzt schon fast Level 2 Äh Kennen wir überhaupt Bögen craften? Weiß ich grad gar nicht Doch Spinnweben Spinnweben Ja Dumme ich hab 4 Spinnweben Ja doch kann man Ich hab schon 15 Eisen Wie viel Eisen habt ihr? Äh Acht Ich hab jetzt auch 8 29 Lass mal beim Spawner Alles zusammentragen Ja Beim Spawner? Ja da rüsten wir uns aus beim Spawner Das ist unser Hauptcode hier so gesehen Gut äh ich hol mir Ich seh da oben auch noch eben Aber ne Reicht das für ne Spitzverkehr Auf jeden Fall aufpassen wegen Fallen ne Das ist extrem gefährlich hier Ach jetzt auf Fallen? Ja es gibt Fallen mit TNT Ah Ok Ich liebe TNT Fallen suchen Wir können auch hier unsere Basis draus spawnen oder nicht? Wir müssen nur gucken wenn wir hoch teleporten Ah gut da ist meine Äh habt ihr zufällig Wer hat die ähm Habt ihr die Ich mach ne Hab noch ne Crafting Bench gemacht ne Okay In der Crafting Table Äh habt ihr schon einen Ofen? Jaja Ich nicht Gut Alter Scheiße man jetzt hab ich keinen Ey hast du mal zwei Sticks? Wo bist du denn? Danke Also Na gut Ich mach mir schnell die Spitz 15 Minuten Scheiße Mein Eis ist grad im Ofen davon Baue ich mir ne Rüstung ne Ja Da war aber meins auch drin Ja da gehören die 4 Stück noch von Ich hab da 29 reingepackt Äh Ich brauch noch meinen Stick Ich hab keinen Stick mehr Ich bau den Enchanted-Tamer hier hin Äh warte mal Äh kommt die mal zu mir ich werf euch Eisen runter Ja Wo bist du? Äh ich kletter hier hinten irgendwo ich hab da irgendwo noch Eisen gesehen Ja ich brauch auch Eisen Wir brauchen alle Eisen sucht Eisen schnell Kommt zu mir Seht ihr mich? Nö Doch hier oben Hier hinten Weiter hinten Rechts Äh oh Hier unter mir So Äh Warte mal ich komm einfach jetzt runter Scheiße wir brauchen Holz Ich hab noch A6 Holz Ich hab hier auch noch A8 Äh 9 Neun Sag doch was alter Äh lass mich die Kohle abbauen ich bin Level 3 Oder welches Level bist du? Hier ist noch Kohle ne? Hier ist noch Kohle in der Basis Ja ich baue schon ab Hier Du hast gesagt du hast Eisen Ja ich komm grad äh ich geh grad in der Basis Ich steh hinter dir Guck mal hier hinten So 25 Dinger noch dann ist mein Eisen fertig Mein Komplettes Wie macht man nochmal nen Bogen man? Soll ich eben craften? Ach warte ich hab die falschen Dinger benutzt ist okay Äh meine ganzen Sachen Warte mal wieviel Diamanten Habt ihr schon ge- Gib mir mal wieder meine Eisen Dinger Ja ja wieviel hattest du nochmal davon? Noch 5 oder so ne? Ja 5 Stück noch Äh das ist doch egal Hauptsache wir kriegen jeder ne Eisenrüstung voll Ja Ihr braucht ne volle Eisenrüstung Am besten sogar full enchanted Full enchanted kriegen wir nicht hin Ja jedenfalls Brust Und Hose Ja einer verzaubert dann alles würde ich sagen ne? Ich bin Level 3 ne? Ich bin auch jetzt gleich Level 4 So Ich bin noch nicht mal Level 1 Äh mach dich Level 1 Hat er irgendwie Kohle? Gib mal Holz Ja hier hinten ist noch Kohle Ganz viel Ich hab ich hab ich hab Äh Wieviel Eisen brauchen wir für 4 komplette Rüstung? Warum nimmst du mein Eisen da raus Alex? Ja ich hab doch 5 Was? Ich hab doch noch 5 Hier sind meine Öfen Guck mal hier sind beide meine Öfen Da ist mein Eisen drinne Du hast ja grad alles rausgeklafen Ist doch scheißegal wann wie im Leben des Eisen ist man Wir teilen doch eh alles Wir brauchen jeder Also dann Dann Cibone Wie viel haben wir insgesamt Hallo Äh helft ihr mal wieder mit? Ich bin grad schon wieder an Ja ich brauche mal Alex Welch Level bist du Alex? Äh gleich 4 Geh mal da in die Ecke Geh mal da in die Ecke rein Dahinter Genau Ich bin auch Level 4 Gleich 5 Habt ihr den Dia schon abgebaut? Äh ja Gut Äh dann Einer hat ein Dia Schwert Einer hat ein Dia Schwert Einer hat ein Dia Schwert Äh wer kriegt das? Mir ist es egal Ich kann es Ich kann es haben Mir ist es scheißegal Was sind denn das Dicksehen die ich mir genommen habe? Wer den Bogen hat der kriegt kein Dia Schwert auf jeden Fall Ja dann kriegst du das Dia Schwert würde ich sagen Mir ist es egal Ich mach mir jetzt meins Ja wollen wir Enchantet das sofort Hat irgendwer von euch äh Noch Pfeile? Habe ich alle ne Kiste getan Ich find kein Eisen mehr Helft ihr mal eben noch mit Eisenfarmen Wir brauchen noch viel viel mehr Ich seh was ganz oben an der Decke Pogger hat noch nen Ofen um die Produktionsstelle zu beschleunigen Äh könnt ihr mir noch ne Spitzacke geben? Oder machen wir Hey was ist das Alter? Warte ich baue das mal dahin Geh mal weg Warte ihm warte ihm warte ihm warte ihm Was ist das da? Ein Amboss Lol Damit kann man Sachen reparieren Ne wieso reparieren? Wir können vielleicht sogar ein Ah ne geht nicht Wer hat jetzt mein Ding weggemacht man? Was? Dein Spinnenweben Das hat mich weggemacht Oh du Lappen Hoffentlich falle ich nicht runter Haben wir noch genug Spinnenweben für ein Ding für'm Bogen? Hat einer noch äh Weiß Obwohl man braucht nur ein Spinnenwebenurteil oder? Ja Ah ich seh noch ein bisschen mehr Eisen Nein dann brauch drei Stück Irgendwo hier muss noch Kohle sein oder? Hast du noch zwei? Doch äh Einspinnenweben müsste noch irgendwo sein Hat einer noch irgendwie Flint oder so? Mhm Wofür? Oh Alter Wofür? Ja Pfeile machen Ah ich hab sogar Federn Äh ich hab bei mir Flint Ich nehm das mal mit runter mit der Hand Und dann müsst ihr die ganze Zeit probieren das mit äh Boah das wird nicht so Muss man das mit irgendwas speziellem abbauen? Schaufel Dass daraus Flint werden kann Ich nehm mal eben drei Gravel mit Ich nehm mal ein bisschen mehr mit Zehn Minuten noch Scheiße Ah ne man das ist das dauert mir zu lang Scheiß man ich brauch Eisen Da ist ein Diamant drin man Wo? Ja hab ich gefunden äh Also in einer Kiste warte ich Oh noch einer Ein Diamanten Nice Dann haben wir zwei Schwerter oder? Hast du du hast auch einen Diamanten gefunden oder nicht? Äh ne in einer Kiste war einer Eins Ah ok Was war jetzt gerade mit noch einer? Keine Ahnung So ich hab komplette Eisenrüstung fertig Ja kriegst du dann den Rest? Äh kann einer vielleicht schon mal Brustharnisch machen? Ich hab schon meinen Brustharnisch Ich hab zwei TNT Ich hab zwei TNT in meiner Tasche Kannst du das Eisen nochmal da rein machen? Ich brauch nur noch äh Äh nur noch ein paar Schuhe und Helm Ja äh Macht ihr mir einfach die Rüstung Ich geh weiter fahren mit jemanden Eine muss noch mitkommen Ja ich komm mit Wir brauchen auf jeden Fall auch noch äh Feuerzeuge Oh Äh Er hat Ich brauch nur noch ein Eisen Äh Hier ist 21 Gravel drin Äh Bau das mal mit einer normalen Mit einer Schaufel ab Ey es wird doch noch irgendeiner ein Eisen haben Nur eins Ich hab Mal eben wieder oben Ich hab grad zwölf mir geholt Hab ich grad gefunden Sauber Warte hier nimm mal das Eisen wieder Also ich hab jetzt voll Rüstung Okay gut Ich brauch zwei Äh ich brauch auf Wie viel äh Brot habt ihr? Ich hab gleich auch voll Rüstung Ich hab noch acht Ich hab gar keine mehr Ich geb gar keine mehr Ich hab meine Brot noch gar nicht aufgegessen Ich hab mir gar keins angerührt Weil ich auch gar nicht renne Alter ich brauch noch ein bisschen äh Für was kriegt man alles Erfahrung? Kohle Kohle Und was noch? Kohle Eisen Eisen in den Ofen reinpacken und rausnehmen Ach egal Ach da ist noch Kohle Dann bin ich gleich Level 5 und kann enchanten Äh Soll ich schon mal oben wieder gucken ob ich da irgendwas finde? Kann man mit Level 2 nicht schon enchanten? Äh Mach Level 1 dieser Verzauberung Immer Level 1 Warum? Ich guck nochmal ich bin jetzt grad ganz oben Und guck draußen also Äh Aber Ey geil dann kann ich alles enchanten Ja ich auch Scharpness ich hab Scharpness Ich hab Bane of a Dropbox Das bringt nichts Ich hab Schärfe eins auf meinem Eisenschwert Nice das ist das Beste was du kriegen kannst Ich hab Aber mir fehlt noch 1 1 Mir fehlen noch 3 XP oder so dann hab ich äh Dann kann ich noch meine 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 Leggings verzaubern Wenn ich so länger Wenn ich so länger Ich hab Protection 1 Das auch Ja das mehr kriegst du nicht Hab ich auch Ich hab eine Feder sogar noch gefunden Ich bin grad ein bisschen oben und such grad nach Jünchen Wer warte grad nochmal Gravel? Äh hab ich schon gemacht Hab ich schon noch Schon nach unten Projektil Protection Protection Projektil Protection Yeah Scheiße aber Pfff Kann man vielleicht sogar nutzen Ich komm jetzt runter Ich leuchte Wie viel Eisen habt ihr Kriege ich vielleicht ne ähm Habt ihr schon ne komplette Rüstung für mich? Ich hab gar nichts Ich hab gar kein Eisen mehr Ich hab jetzt mein Da ist noch ein bisschen Eisen brennt da noch Ja warte ich leg's hier rein Ich hab das nur rausgenommen wegen äh Erfahrung und so Ja ich bin Level 4 also Hoffentlich krieg ich ne Rüstung komplett Aber Eisenschwert Ey wenn ich Nicht ne Geht mal bitte wieder farm Ich hol uns grad Essen Ich mach uns grad Essen Ja ich hab grad zwei Ich will grad meine Rüstung abfällig machen Fünf Eisen ist hier noch Schusssicher Naja egal Äh Ja wie viel Eisen habt ihr noch? Gar nix Ich hab nur fünf Eisen Leute Nicht drauf gehen Wo ist denn das ganze Eisen hin Alter? Ich hab meinen Hier in der Truhe ist noch was Oder ne das hat Und im Ofen brennt auch noch Im Ofen brennt auch noch Eisen Wie viel? Weiß ich nicht Da ist Hühnchen drin gewesen Hä wo ist das Eisen drin das sich da gebrannt hat? Das hab ich hier rein gemacht in die Truhe Und da lege ich jetzt auch noch das Hühnchen rein Oh super ich hab keine Rüstung Ja noch einer ist weg Ja ich hab Eisen gefunden Ich hab Eisen gefunden Boah ich hab Dinger Baunil ne Ja gut Deshalb ja Ja macht aber Kekse daraus Kekse kriegen wir 16 Kekse Aber Kekse halt nicht so viel Äh doch eins Ja ein Herz Brot ist die beste Nahrung Die sättigt am besten Die sättigt am besten Überleg mal wie viel Weizen braucht man für einen Kekse Wacht nochmal was Ich hab nochmal 6 Baumehl Ich hab noch übelst viel Stimmt Los Boah so viel Gras Aber schön Ich hab Alter ich hab 33 man Alter Ja gut wir haben genug mit Essen Essen haben wir eh genug Pflanzt an man pflanzt an Hast du noch? Ja pflanzen hier Los 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 Ey bitte einer muss noch mithelfen Hallo Einer hilft Dirk helf Dirk helf Helf mir bitte Eisen 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 Dirk geh bitte helfen Ich und Alex machen Essen Ich hab überall schon abgesucht nach Eisen Ich find nix mehr Ja einfach in ne Wand reingraben Ach in ne Wände graben Dann kannst du auch noch was finden oder was Ja Boah ich hol mir mal eben was Dieses nackte Weimar Team sind alle schon überall runter gefallen Es sind nur zwei am Leben oder so Alex achtet Chat So much Weed Alter ich hab noch 15 man So much Weed Ich hab noch 56 Pflanzt an los Hier nimm mal Das ist zu viel Gras Hier kannst du nix Ich find kein Eisen mehr Kannst du vergessen Nee einfach irgendwo in ne Wände reingraben Bitte Grab in die Wände rein Dirk Mach es einfach Mach ich ja grad schon Mach schon richtig äh Dinge Ich hab noch 7 ne Ich hab noch 3 Ich hab noch 16 Samen ne Ja Samen wir brauchen Bonemehl Ich hab kein Bones mehr Ja Ja alles weg Jetzt irgendwie Wir können vielleicht sogar noch einen Bogen machen Wie viel hast du noch David Ja nicht viel Hast du noch eine Spinnwebe Ey bitte Brot Brot bitte Brot Ja eine Spinnwebe Brot bitte Brot bitte Ja ja hier 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 Hast du auch noch Alex hast du noch eine Spinnwebe Hier hier hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir Ich hab auch Brot alter Ich hab gar nichts mehr zu essen Mach mir mal gleich ne Eisenrüstung Ich bin weiter auf Arm Hat doch kurz Äh einer äh einer muss noch mitkommen Wenn wir Ey haben wir nur noch den einen Diamant oder was? Jaha Schwul Was machen wir mit dem? Schaufel macht auch Damage Ja mach mal Bist du dumm oder so? Was anderes können wir damit nicht machen Ich mach jetzt ne Schaufel daraus und wir testen was Ne 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 Keine Schaufel machen Wenn wir von den Gegnern vielleicht jemanden töten der grad nen Diamant dabei hat Stimmt Wir laufen aber jetzt zu viert rum ne Und nicht irgendwie einer rennt raus und rennt dann alle anderen rum Ne 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 Immer schön im Team bleiben jetzt Boah Digga Ich hab 19 Rote Ich hab 6 Karten Ey hallo warum stehen da zwei rum? Hier da ist noch Weed Hier ist noch Eisen Ich hab noch Eisen Da ist noch Weed Hier ist noch 5 Eisen in der Tour Ich bin die grad da schon sortieren Los komm Digga Hast du mal Paper? Joa wir brauchen Papers Wieso? Wie viel ist ganz so Weed? Ich hab noch Kohle gefunden Ey alles was ich hab ist Encharted man Loool Boah 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 Ey Habt ihr jedenfalls noch ein Eisenschwert für mich? Äh ja Locker Ich hol Digga ich hab zwei Eimer Ein Eimer krieg ich ein Eimer Ja Ja man Wenn einer nicht weg kommt Wenn einer nicht weg kommt Der benutzt den Lava Eimer Ja Dann töte dir einfach die Anderen damit Oh geil Schutz drauf und nicht Schuss sicher Und nochmal Schutz Geil Was hast du gemacht Alter Kann einer noch von euch bitte mithelfen zu meinen weil Ja einer Wer hilft jetzt nicht mit 10 Minuten Ich hab nur noch kurz meinen Rest verzaubert Alles verzaubert hab ich jetzt Ich hab ne Enderpearl Damit können wir erste töten Hä Mit der Enderpearl Ja wow Wir kommen nicht mal hoch nach der End Ich geh los Oh Gott Alter Ich hab eins gefunden Nice Alter Ich leg dein Schwert in die Truhe schonmal rein Ja ähm Ich geh dann zurück Geht noch nicht raus Geht noch nicht raus Wir gehen in die rechte Truhe Nach wieviel Minuten werden wir hoch teleportiert? Äh ich glaub 30 jetzt So lange können wir eh noch campen hier drin Ja wir müssen Jetzt können wir halt Da müssen wir halt aufpassen dass hier äh Die ganze Zeit sneaken 25 Minuten noch Und äh Farm noch Ich hab ich hab ich hab jetzt Ich hab ich hab jetzt Ich bin jetzt in die Kiste Ey sneaken am besten Das bringt nichts wenn wir die ganze Zeit sneaken Dann bist du viel zu langsam Ja wenn man abbauen ist meine ich Acht Eisen hab ich nochmal wieder gefunden Alter nice Ich glaub ich krieg doch noch meine Rüstung Alter Digger Und wenn die auch nur Schuhe oder so fehlen Dann ist es kacke egal Dann töten wir schnell jemanden und dann ist super Das ist ein Goldschwert Wer hat sich ein Goldschwert Ich hab nein ich hab Angst gefunden Das findet man Äh nehm ich wohl Nehm ich auch wohl Man kann auch was mit einem Goldschwert reißen Nein kann man nicht Goldschwert ist das Schlechteste Schlechter als ein Holzschwert Ja ich bin klar Aber das macht mehr Damage Das macht mehr Damage Nein mach das nicht Das denkt jeder Das ist ein Minecraft-Müter Seid doch Ja äh ich weiß Seid mal leise Halt die Schmerze Da kam von irgendwo grad Musik her Ja ich hab's auch gehört Alter Das ist von direkt hier neben uns Hier hat irgendwie Musik angemacht Das ist von ne Beerdigungsmusik man Da wird deine Beerdigung Eisenschwert ist fertig Enchant ich schonmal Wo sind meine anderen Rüstesteile? Es ist noch 8 Eisen in ne Kiste hab ich reingepackt Oh nice 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 Ja Eisen find ich aber auch grad nicht Notback 1 ist aber auch nicht schlecht David steht einfach nur und lauscht Ich hab 10 Pfeile ne Wer ist hier mit dem Bogen unterwegs? Ich auch Geht nochmal ein bisschen Eisenfarm Dann gib mir den Bogen Hier ist dein Schwert drin oder Ach hast du schon gut Gib mir den Bogen bitte Du hast das Diaschwert schon Du hast doch selber einen Bogen Nein man ich hab nur noch einen Habt ihr überhaupt Pfeile? Habt ihr überhaupt Pfeile? Ich hab 10 Pfeile Ich hab 24 Da krieg ich mit deine Pfeile Nein man ich will den Bogen von Alex haben Der hat das Diaschwert Kannst du wirklich gut schießen? Ja sicher Gut Ich kann auch gut schießen Ich bin in jedem verkackten Spiel ein Bogenschütze Boah das ist Minecraft Äh das ist genauso wie als wenn du äh Bogen schießt Ich schwör dir alter wenn du verkackst man und ich dann irgendwann einen Bogen brauch und wegen dir sterb dann Dann gibts Stress Dann gibts mega Stress Dann gibts mega Stress Dann gibts mega Stress Dann gibts mega Stress Oh man Mir fehlen noch 2 Sachen und ich hab nur Projekt Ziele Projektion Dgan oh fuck Oh fuck Ja ich Ah doch das war richtig so Gibt es Alex oder David weiter so Weiter suchen wir Wir brauchen auf jeden fall Eise Greif in die Wände, graben jetzt, Leute Ja, was mach ich denn grad? Äh, nix Ich geh auch grad fahren Ah, cool, Lava Okay Das ist irgendwie zu still Hm Warum? Keiner ist bis jetzt gestorben Doch Ja, aus Leuten, die runtergefallen sind Ne, ich find nix Ich hab auch grad erst nach acht Jahren lang suchen was gefunden Ist doch jetzt eigentlich kacke egal Nein, der braucht ne Rüstung, Mann Äh, mir fehlt noch Kopf und, äh, Schuhe fehlen mir noch Der Kopf ist in Ordnung, Schuhe braucht man nicht Ja Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, ich muss die bauen Ich auch Dann geh hoch Äh, wenn's geht sogar noch zwei Eisen überlassen, dann vertaub ich mein Schwert mit fünf Oh, Diamanten Wo? Nirgends Das ist ein Spasti, ne? Wie ich jetzt halt Diamanten finden würde, ne? Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Wo? Auf der anderen Seite. Oh, du bist so ein Spasti, ne? Nein, der ist voll nah. Der kann nicht... Jetzt, Alter, hat er sich gesneakt. Der war bei uns irgendwo. Wie, noch 20 Minuten. Dann werden wir hochteleportiert. Das ist ja voll lang, Alter. Treppe nach oben steht. Was? In 30 Minuten ist... Alex? Oh, leck! Warte! Warte! Nice, 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 nice. Alles, was ich nicht brauche, lass ich hier drin. Was ist da denn noch drin? Gunpowder, Redstone Repeater, brauchen wir alles nicht. Warte, Gunpowder, wir könnten uns ein... Nein. TNT bauen. Das hab ich letztens draußen. Ich hab zwei TNT, aber die benutzt man eh nicht. Mach lieber Redstone Torch und gib mir TNT. Okay. Zu Not springe ich mich in Luft, dass die anderen nicht... Du bist unser Gunman, Digga. Zu Not, wenn ich sterbe, springe ich mich in Luft. Dann kriegen die meine Items nicht. Ich hab nix gefunden mehr. Auf jeden Fall, Helm brauch ich auf jeden Fall. Und wenn dann noch zwei Eisen über sind, mach ich mir noch ein Schwert und verzaubert das mit 6. Oder mit 5, eher gesagt. Habt ihr noch Bomil? Hör, ich hab gar nichts. Machst du grad die Treppe nach oben, David? Ja. Gut so. Habt ihr vielleicht noch sogar... Wer hat hier jetzt noch Eisen gefunden? Ich nicht, ich hatte vorhin das Eisen gefunden, das ich da noch reingepackt hatte. Diese A noch. Oh, hi. Drei Eisen wollen noch. Buh. Ach, das sind Schwasti, ne? Ich glaub diese drei Eisen, das wir kaum finden. Ey, hier kommt man hoch. Wir hätten hoch gebaut. Der, wo bin ich? Da kommt man nach oben, oder? Wer hat hier so nen Gang gebaut? Frag ich mich auch grad. Ich. Ich hab sehr viele Gänge gebaut. Ah! Boah! Fast runtergefallen. Der hat jetzt vor grad ne Fledermaus gehört. Ja. Ja. Komm lass die einfach mal hoch gehen. Äh, nein, 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 nein. Ich brauch noch mindestens drei Eisen. Ist doch egal. Die haben noch 20 Minuten. Da! Einer werft der Lava runter. Weg, 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 weg. Ich mach zu. Weg hier! Geh nach unten, Mann! Hau ab, Mann! Stonehenge. Wir müssen uns... Lauf runter! Runter sofort! Ah! Ja, das ist doch geschützt jetzt. Boah, putz den anders hoch und hau den kaputt. Hau! Hau den jetzt kaputt, Alter, den Wichser. Dirk, Dirk dreht auf... Dirk, wo geht's hier runter? Was habt ihr gemacht? Dirk geht voll ab. Dirk will... Ich hau den jetzt kaputt, Alter, den Wichser. Ey, das sind Fibonlappen. Was gibt's? Äh, ihr seid zu tritt. Nee, Dirk ist alleine oben. Wer ist das denn? Dirk stirbt eh wieder. Wer ist das? Der ist der. Du musst wissen, Dirk ist letztes Mal auch gestorben, weil er's übertrieben hat. Nein, das war 17 LP, Alter. Ey, Dirk, wo bist du? Wo bist du, Alter? Der ist hoch, ne? Dirk? Fuck, fuck. Der ist oben, ne? Ich will da nicht alleine hin. Wo bist du? Bist du das, David, wo sich das liegt? Ja. Hier baut jemand... Boah, über uns! Wer ist das? Ist das Dirk? Dirk, bist du das? Ja. Bau zu, bau zu, bau zu, bau zu. Die sind da oben, die sind da oben. Bau zu, man! Das sind drei Leute, die schatten uns. Nein! Bau zu! Wo kannst du rennen, rausgehen, man? Das Table tennis game, also bau zu, man! Nein, man, lass die ficken. Lass die umklatschen, los! Da ist die Lava, vorsichtig, nicht hier hochbauen. Scheiße drauf, ich enchante jetzt mein Schwert und hab dann einfach... Ja, dann gehen wir hoch. Ja, komm! Oh scheiße, Fledermaus, Fledermaus, Fledermaus! Aber wo zum Teufel sollen wir uns hochbauen? Kommt immer bitte runter! Wieso? Fledermaus? Die macht nix, die hat uns auch nicht angegriffen. Baut euch jetzt schon hoch, wartet doch auf den Typen! Wo ist ein Freund? Äh, ja, Vorsicht, ne, ich hab ein bisschen Licht gemacht. Boah, Alex! Ich nehm, also ich nehm alles Wichtige mit, was wir vielleicht noch brauchen können. Ey, komm, Schneebel, um die zu rollen. Ja, nehm mit. Ey, wo seid denn hier? Pssst! Oben! Da, du bist schon oben! Bist du schon draußen? Oh Gott! Wer baut sich doch grad runter? Komm hierher, Mann, Dirk. Nein, ich bau mir hier, ich bau mir hier so einen Stutz. Komm hier! Junge, ich bau hier grad hoch, David, komm her! Ja, ich bau hier grad hoch. Schatten ist... Ich bau mich grad hoch. Ja, warte. Ich liegt hier grad mit dem Bogen, Alter, und guck, ob hier, wer ist. Ähm, wir hätten auch Melonen... Dirk, ich bin da, Dirk, ich bin hinter hier. Wir hätten vielleicht einen Melonen anbauen können? Keine Ahnung. Ich bin direkt unter dem Scheißbaum. So, ich hab noch einen Pfeil gemacht. David, duck dich, mal duck dich, da sind wir, ich. Wir sind... Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Kommen die? Kommen die? Die sind in dem, in dem Haupthaus sind die drin, Alter. Beschließ doch nicht dahin, du bist so behindert, ne? Die haben mich schon gesehen gehabt. Was? Äh, wo seid ihr? Lass zum Rand, lass zum Rand, Leute. Ja, Hilfe! Die kommen, die kommen! Die kommen! Alle zum Rand und dann sneaken! Dirk, 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 wo bist du? Dirk, ich bin bei dir. In der Nähe. In der Nähe. In der Nähe. Das bin ich. Ich hab Angst, ich bin unter den Blättern. Geht mal bitte in unserem Viertel, äh, wo seid... Wir sind in unserem Viertel noch, ganz am Rand. Ganz in der Ecke. Ich hab Angst. Hä, äh, ich find den Ausgang nicht. Einfach hoch bauen. Ganz links in der, ganz links hinten in der Ecke sind wir. Fuck, Alter, das ist so krank, ne? Mhm. Jürgen, ich hatte vorhin noch keinen Bock, aber jetzt auch wieder scheiße Spaß. Haft eine Enderperle? Nein, Mann. Hast du eine? Hier, Dirk, Dirk. Ja. Zur Not. Wenn die einfach passiert, benutzt die. Okay, ist sofort die Dingens. Äh, ich hör irgendwie irgendwelche Ballern mit nem Bogen. Ja, hier ballern überall welche. Lass mal weiter steigen, David. David, wo seid ihr? Ich und Dirk sind hier zusammen irgendwo. Lass mal auf das Gebäude drauf. Äh, kommt mal bei uns beim Rand bitte hin. David, jetzt ohne Scheiße. Wir sind am Rand oben, in der Ecke. Oben links oder unten rechts? Unten links. Unten links. Unten links. Kommt oben links am Rand bei uns. Da ist das Gebäude, da sind die alle. Da hinten, ich seh jemanden. Oh, Good Asking Alex ist bei mir. Ja, gut. Hier ist Alex. Ich seh Alex auch. Ja, Alex bleibt stehen. Alex bleibt stehen. Oh Gott. Da kommt gleich einer aus dem Boden raus. Ja, okay. Auf welcher Höhe seid ihr? Keine Ahnung. Ey, da sind zwei. Bei dir sind zwei. Esse Dari. Esse bist bei uns. Der will uns haben. Okay, lass uns jetzt snacken. Wichser. Ich bin direkt über dem. Alter, ich snack mir den jetzt. Pass auf, ne? Ich komm mit. Hallo? Da hinten, ich bin's. Ich bin's hier. Hallo? Ich komm da nicht mit runter. Ich hab keine Spitzhacke mehr. Hallo? Komm raus. Lasst Esse in Ruhe. Die haben schon voll die Falle gebaut. Lasst die in Ruhe. Warte mal ne Frage, wie viel Weizen hast du gerade? Gar nichts haben wir mehr. Ja. Boah. Hat noch einmal Brote für mich? Ich hab nur fünf. Äh, wo seid ihr? Hier. Wir sind drei. Wir sind drei. Ja, weil Alex irgendwie ein bisschen behindert ist. Alex? Komm mit. Und der stirbt. Der stirbt. Der stirbt. Alex ist tot. Der hat das Diaschwert von uns. Hilf mir doch! Ja, wo? Wie denn? Bist du an der Oberfläche? Bist du an der Oberfläche? Wo bist du? Ich hab Obsidian gefunden! Ich hab Obsidian gefunden! Ich hab Obsidian gefunden! Oh, ein ganzes Team! Lauf weg!